Ich bin Robert Vogt und bin seit über 18 Jahren im Gemeindrohr Zalschwil. Das Wasser Zalschwil, schätze ich sehr, ist von grösster Qualität. Aber was mir gar nicht gefällt, ist der hohe Preis. Wir haben heute über 10 Millionen Franken in der Wasserkasse. Das ist Grund genug, um den Preis zu senken, für alle Einwohnerinnen und Einwohner. Von das setze ich mich ein und darum freue ich mich auch über Ihre Stimme.